Herzlich Willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun. Ja, Let's Fun Hay Day. Verspreche ich mir schon ganz am Anfang. Okay, in diesem Part spielen wir mit der Hohen Farm und wir wollen ein paar Schiffaufgaben machen und aber erstmal unsere Farm managen. Ich hab wenig Platz jetzt im Moment. Ich weiß, dass ich Gräuten brauch beim Schiff. Ist die noch on? Oh. Ja, bin da. Äh. Nehme gerade auf für... Ja. Alles, was jetzt passiert ist für... Also ich nehme immer eine Woche davor auf. Weil ich in der Woche kaum Zeit habe, das zu machen. So, dann wäre das Schiff schon mal erledigt. Und holen jetzt auch gleich direkt das nächste. Denn wir brauchen ein paar Punkte. Was nimmst du auf? Die Frage hat sich so ein bisschen erübrigt, aber kein Problem. Unsere Gemeinschaft ist übrigens sehr am wachsen. Das freut mich. Sind doch alle aktiv. Das finde ich gut. Alles Gute mit Streiter. Aber ich muss noch eben kurz was einstellen. Klein Moment. So, ich muss mir eben kurz was einstellen. Ähm. Ja. Ach, ja. Unser nächstes Schiff brauchen wir jetzt. Ja, wie gesagt, mit dem Trick. Können wir das Schiff für einen Diamanten holen. So, okay. Okay, Zucker. Können wir freigeben. Obwohl, Baumwolle habe ich genug. Ja, ich habe genug. Nehmen wir immer Zucker. Dann passt das. Ja, dann kann er wieder gucken. Hat er da was zu gucken. Ja, wie wird das alles dann? Das, was jetzt passiert. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass ich das eine Woche vorher aufnehmen muss, aber... Ist ja nicht schlimm. So, wie gesagt, wir werden jetzt hier ein paar Schiffaufgaben machen. Ich habe auch noch eine weitere Schiffaufgabe geplant. Das heißt, wir werden insgesamt zehn Schiffe machen. Ah, ich brauche ein bisschen Platz. Ah, ich hätte bei dem anderen zuerst Wiener machen sollen. Genau, bei dieser Futter-Mühle, weil... Weil ich ja noch ein bisschen spiele. Da habe ich schon mal Baumwolle ein bisschen anpflanzen. Das werde ich sowieso brauchen. Ähm... Karotten... Okay, die Musik von Eddie, die ist so verführerisch. Und manchmal... Also, die ist total chillig. Total. Gehen wir jetzt direkt zur Stadt oder noch nicht? Boah, was bräuchte ich denn hier alles? Hab ich die noch nicht gemacht? Ich glaube, ich habe die noch nicht gemacht. Sanjo hat wieder geklaut. Ansonsten keiner. Klar, wir sagen ja auch ein paar Leute. Was habe ich denn noch hier? Jetzt wird er... Jo, ich will Kleidung. Trotzdem lecker. Ah, Mann. Was? Jetzt. Mh, ist das lecker. Boah, mir schmeckt aber auch so eine Mütze. Eine Mütze ist richtig geil. Na, woher mal Schwänze. Die sind... Ach, die sind immer scheiße zu kriegen. Ich weiß auch nicht. Dauern 6 Stunden. 6 Stunden hast du diese Hummerfalle drin. Dann dauert es nochmal 6 Stunden, bis du den Schwanz ernten kannst. Ach, das ist blöd. Ein Lebensmittelgeschäft kann ich machen. Strandcafé vielleicht auch noch. Ach, Strandcafé ist voll. Ich habe irgendwie vergessen, die zu bedienen, die Leute. Ich habe die Zunge. Ich habe eine Mütze. Ich habe den gelandet. Ich habe den ges타� PLAYGEN. Ich habe den ges타를 ges타민, bis ich 50 Jahre alt bin. Ich habe den ges타민. Ich habe den ges타민. Ich habe den ges타민. Dann habe ich die Bedenken. Ich habe den ges타민, bis ich... Und dann habe ich den ges타민, bis ich mich vers.* Ich habe vielleicht keine Blätze mehr in meinen Läden. Wird eng, das wird eng. Ja, passt doch noch. Okay, eine Zitrone, drei Butter kann ich mir geben. Also ich ziehe die Stadt immer vor allem. Also hier gebe ich echt alles rein. Weil hier gibt es auch am meisten. Also die kriegen mein letztes Hemd. Auch eine Zitrone, zweimal Wolle. Früher, da gab es noch nicht... Da gab es dieses Schild hier noch nicht. Äh, da musste man immer zur Stadt gehen. Ja, was braucht der? Und dann wieder zurück, äh... Ja, okay. War ein bisschen nervig, aber... Ich habe vergessen, unser Rad zu setzen. Na gut. Brauchen wir jetzt Schoko... Ah, Pizza Frutti Di Mare. Ah, die ist ein bisschen kacke. Dann machen wir direkt nochmal neue Schoko-Eis. Da ich sie ja jetzt sowieso brauche. Nein, das habe ich gerade ein paar benötigt. Deswegen mache ich jetzt direkt neuen Mais. Ich mache immer irgendwie einmal Scharffutter zu wenig. Obwohl ich... Direkt eigentlich immer 20 Minuten spiele und dann nochmal Scharffutter der Erzieher. Deswegen verstehe ich gar nicht. Sehr mysteriös. So, ja. Auch sehr verwirrend. Ja, manchmal kochen wir mal Greg. Das ist Futter, dann hat man eine ungerade Zahl. Meistens verkaufe ich die dann auch wieder, weil... Ich bringe mich dann mal ganz auf dem Konzept, dann weiß ich nicht, ob ich einen vergessen habe. Weil auch hier gab es früher... War es nicht grau, wenn man nicht die füttern könnte. Dann wäre hier jetzt noch... Äh, so... Null Futter wäre noch hell gewesen. Oh, ich muss mir beinahe helfen, sonst habe ich ein Problem. Dann muss ich Diamanten einsetzen, damit ich dieses... Blöde Schokoeis bekomme. Ja, ich mache jetzt Indigo, weil... Äh... Weizen... Indigo ist erst ab dem Level... Äh... Lass mich lügen... 19? 18? Und da können die eh noch... Das Zeug noch nicht machen. Ja, kann mir allein nicht helfen. Aber ist nicht schlimm. Lukas Wunderwelt. Oh. Hat er eigentlich noch im Laden. Weizen. Ah, ich habe noch keine Zitrone geholt. Vielleicht finde ich das Schokoeis sogar im Buch. Letzt mal hier gucken. Vielleicht hat er das auch. Bei den letzten Helfern findet man so einige... ...coole Sachen. 100%. Oh, da war ich schon. Und jetzt ist das sowieso nicht. Die ist nur scheiße, so nimmer. Und das stelle ich jetzt einfach mal. Muss man sich das schon drauf ansprechen. Stell mal was Gutes rein. Na, kein Schoko als Ball. Na toll. Ich rutsche oft ab. Ich mache jetzt ein langsamer. Trotzdem. Das ist echt komisch. Okay, morgen noch... 46 ledernes Sticker. Ja, für unsere letzten beiden Tiere. Es fehlen noch zwei verdammte Tiere. Sind zwei Katzen. Oder? Meines waren Katzen. Gucken mal. Ach, da nicht. Hier, wir müssen gucken. Ja. Ja. Na gut, Kätzchen. Okay. 30 ledernes verdammte... ...Kack-Sticker. Olivenöl. Genese. Und Sojasauce. Ich hatte Bombollämmt erstmal gehorchtet, weil ich das jetzt machen wollte. Aber dann doch nicht. Brauchen wir Hilfe. Ja, Lukas, ich und eigentlich noch Michaela. Sind hier die Nachtwächter von der Farm. Es ist auch schon fünf und halb eins. Ja, wie gesagt, ich habe auch kaum Zeit, sonst aufzunehmen. Und da morgen... Samstag ist für mich. Für euch ist, wenn ihr den Part guckt, ist schon Samstag. Aber nächste Woche Samstag. Weil morgen ist der 18. Bei mir... Da kommt der Livestream. Bei euch wird dann der... ...25. Sein. Ach, ne. Ne, Quatsch. Ja, gut, bei mir ist... ...früh der 18. Bei euch der 25. Wenn ihr den guckt... Ja, gut, nicht wenn ihr den guckt, wenn er hochladen wird. So. Das brauchen wir auch noch da hin. Und klatschen. Und Chili. Chili. Ah, hier muss man sowieso... ...bedammte Eis holen. Kacke. Das ist blöd. Keine scheiß Eis. Ja, meine Stadt. Sehr schön dekoriert, dies. Dies a la... ...fogelettend auch Zelda. Dauert noch ein bisschen. Ah ja, die hatten eben was geschrieben. Äh. Ja, dass ich nicht 2 für 50 Platz im Silo habe, sondern 2.200. Das reicht vollkommen. 2.000 hat mir schon gereicht beim Silo. Also Silo ist eigentlich schon... ...ist damit eigentlich schon ausgelastet. Das ist eigentlich auch schon ernst mehr. Ja, das ist echt viel. Ja, das ist echt viel. Das scheuen habe ich 2,250, oder? Ja, aber das ist... ...aber man hat immer einen Mangel. Das ist echt komisch. Man könnte ja auch theoretisch auch diese ganzen Klebeband-Zeugs und so verkaufen. Dann hätte man genug Platz. Aber man will natürlich immer mehr verbessern. Hamburger muss ich hier machen. Dann warte ich noch erst, bis ich Brot habe. Kann ich dann... ...hamburger machen. Dann mache ich da noch Kekse, weil Kekse habe ich auch zu wenig. Hier kann ich wieder machen. Ich hatte eine Backdoor-Aufgabe gemacht, deswegen habe ich hier wieder so viel Erd rumliegen. Ich hole mich auch schon auf die Musik. Ich hole mich einfach nicht. Ich hole mich einfach schon auf die Musik. Ich hole mich einfach mal wieder vor. Das kann ich auch nicht. ... ... ... ... ... Ah, da wird da fast überall zwei. Kann ich auch wieder beeren. Den einer. Oder Himbeeren. Himbeeren. Keine Axt. Lass man früher auch nicht, dass sich das, wenn man das einmal falsch gesetzt hat, sofort gedreht hat. Lukas verlässt mich auch. Also das hier meine ich. Wenn man jetzt hier da guckt, jetzt ist das Ding gerade. Und jetzt ist es quer. Das hatte man damals nicht. Da hat man ewig falsch hingesetzt, damit sich das mal gedreht hat. Das war echt nervig. Aber richtig. Ja, hab ich das schon geholt? Ja. Ich dachte schon hätte ich vergessen. Ist das schon voll? Ne, da ist unser Rad. Ich lasse es. Ja. Ich lasse es. ach ja ja sonst kann ich nichts machen eigentlich ich muss jetzt unbedingt das blöde schoko also ich möchte jetzt nicht unbedingt fünf diamanten der verein sitzen wahrscheinlich sowieso keins finden nur bis das andere fertig ist kann ich ja noch suchen ich gehe lieber bei den beobachtern durch weil das buch ist immer kacke da muss man sich eh beeilen und finden dann kriegt man es nicht farmy vom farmer 123 ja ich hoffe auch dass alle die jetzt in der gemeinschaft sind beim nächsten derby dann richtig mitmachen werden das wäre super am besten immer die mindestens 300 punkte aufgaben machen und dann versuchen alle zu schaffen das wäre am besten am besten ich habe ihn nicht gemacht oder? Kann ich doch sagen. Hätte mir auch irgendwas gefehlt. Ah, jetzt machen wir auf jeden Fall Scharffutter. Jetzt ist auf jeden Fall schon mal die Reihe komplett. Kleiner Quackersel war ein Schokoreis. Gar nichts mehr. Hier gibt es auch wieder keins. Sogar eine Überlegung wert gewesen, das Schiff einfach weiter zu schicken. Aber es sah ja doch einfach aus. Hm. Einfach nichts bei, was ich brauche. Da fällt ein paar Chili. Ein paar Chilis for me. Ja komm. Dann muss man halt die Diamanten einsetzen. Und das Schiff fertig kriegen. Das ist wieder ein leichtes Schiff. Da kann ich noch ein paar Kirchen ernten. Okay. Das ist schön. Sogar. 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 Okay. Sogar. Sogar. gibt sogar noch speck und eier hier zehn stück immer ich überlege was ich freigebe ich muss ja nicht alles einsetzen ich denke ich gebe speck und eier frei oder karotten ich kann machen wir es so hier lassen wir es erstmal noch zwei Kirschen und die sollten jetzt ruckzuck vollgehen die drei Kisten ja, ja, go, go ach ja, die Hayden Musik ja nun wo bleibst du denn du rett dein der Not da gab es eine Markierungsfehle die hätte ich die mir mal geholt ich brauche noch welche von meinen anderen Account die sind bestimmt schon weg die Schrauben auch nicht okay, das gibt es doch nicht warum macht das hier keine Karotten voll so, ja, bei uns sind immer heiß begehrt deswegen kaufe ich mir die so, warum ein bisschen ach, wollte ich nicht kaufen egal das Schlimmste, was daran passiert, ist immer, dass ich sie weiterverarbeite oder dass ich sie auch wieder verkaufe das ist wichtig, dass man hier Reis kriegt ganz viele Reis kriege ich sogar das finde ich sehr schön und ich kriege noch nicht mal lila eine Sticker das finde ich sehr scheiße und hier wieder sind wir immer noch Zweiter vielleicht steigen wir wieder in der ersten Liga auf ja sieht mir sehr stark nach einem Verbindungsproblem aus ich hätte nicht drauf gehen sollen klar, Moment mal eben da hilft leider nur ein Neustart ich weiß nicht, ich glaube mal Handys geht so langsam ein bisschen kaputt diese Verbindungsabbrüche sind in letzter Zeit ziemlich häufig wenn sie verarschen wird sie von mir ich kann nicht mal weitermachen das nächste Schiff und meine letzte Aufgabe und meine letzte Frau dou dou du 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 Und hier kann ich wieder Indigo machen. Ja. Sollte eigentlich genügen. Ich weiß nicht, ob es hier wieder irgendwas gibt für mich, was ich dann benötige. Karotten. Ja. Ah, schon weg. Eier. Eier kann man auch mal gebrauchen. Jo, das ist gleich jetzt nicht so. Komm, kochen wir die auch mal. Brauche ich eigentlich nicht, aber eventuell. Speckkuchen. Gerade benutzt. Ah, ich sollte auch vielleicht mal Popcorn kaufen. Man weiß ja nie, ob Popcorn mal kommt. Gleich. Und gerade dann findet man es nicht mehr. Findet man es nicht mehr. Ah, so. Ah, Karotten. Sehr gut. Dann kann ich auch Sushi machen jetzt. Ich habe jetzt genug Reis. Da mangelt es ja meistens immer dran. In dem Zeug. Machen wir so lustige Geräusche. Ich muss jetzt sowieso noch ein Fischern jetzt mehr rausziehen, weil dann stimmt mal Rhythmus wieder. Ich habe eigentlich immer fünf. Ich ziehe das jetzt auch raus. Mit dem normalen Angelköder ist es so einfach zu angeln. Wenn man Angelivente und man die grünen Köder oder die goldene nimmt, ist das schon schwieriger. Da geht er mal öfters... Ja gut. Also mir geht eigentlich relativ selten eine durch den Lappen. Es ist sogar Angelereignis. Nicht gepennt. Ich habe jetzt aber keinen Ansporn, da irgendwas zu erreichen. So gute Belohnungen gibt es ja jetzt auch nicht. Ich sage nur die Yahoo, dafür benutze ich jetzt. Obwohl ich könnte eigentlich... Ja. Ja, das nächste Mal nutze ich grüne Köder. Der wusste ich gar nicht. Ich bin einfach mal weggeklickt. Ja, ich habe auch jetzt Glück mit den Schiffen. Kondog ist jetzt auch nicht so schwer. Ich kann die auch direkt mal nachproduzieren. Ich habe keinen... Kein Ding, Bums. Ähm, ja. Olivenöl. Hallo, Schiff. Zitronen. Aber gerne doch. Muss ich unbedingt Karottenkuchen abproduzieren. Den braucht man dann eigentlich immer viel, wenn man da gerade mal wenig hat. Dann kommt er normal überall. Ich muss langsam auch mal Sorgen machen um meine Sägen. Ich werde langsam ein bisschen mau. Ich darf hier mal frei gegen Bräu nicht, weil hier kein Amor ist. Da muss ich jetzt so durchkommen. Schon weg. Shit. Ach, Popcorn auch schon weg. Shit. Was ist das denn hier? Was einige nicht wissen ist, dass hier habe ich ja die, ich habe die als Freunde die vier Besten. Boss Ediok, der war mal vor Ömit, Uiku. Aber Ömit hat ihn stark eingeholt. Also Boss Ediok war sogar erster mal. Die haben dann alle drei eingeholt. Für alle, die den ersten nicht haben, ich zeige euch jetzt einfach mal die Farm. Also die Farm von dem ersten Platz. Ja. Wie sieht eigentlich so eine Stadt aus? Die habe ich noch gar nicht gesehen. Die finde ich, die finde ich nicht so gut. Da muss ich auch mal was Besseres einfallen lassen. Das geht so nicht. Ich dachte, ich könnte bei Greg schneller zu meiner Farm kommen, aber den war nicht so. Okay, schon wieder Glück. Kann ich Kirschmarmelade freigeben? Ich hoffe, ich brauche keine vier davon, weil ich habe überhaupt keine. Ich werde jetzt bestimmt einige benötigen. Wenn ich das gleich brauche, dann kriege ich einen Preis. Zum Glück nur drei. Kann ich auch rote Kirschstorte direkt neu produzieren. Die habe ich jetzt auch noch nicht. Ich werde das gedacht, dass man für die rote Kirschstorte Kirschen braucht. Ich werde das nicht. da unten habe ich eigentlich genug mit meinem ganzen Zeugs dann habe ich noch zwei eigentlich wieder genug ah ok jetzt nur noch ein paar Eier die kann ich ja kaufen Speck und Eier gibt es auch und Eier Eier en masse er nennt mich auch den Bazar-König ich alles kaufe keine vielen Eier hier gibt es ja zum Glück am laufenden Banda auch mal keine Sorge zu haben ich könnte auch zur Noten meine eigenen nehmen weil die fertig sind ach komm nehme ich die eigenen hier brauchte ich vier ne ne fünf ja oh lila ja jawoll bleiben noch drei ah scheiße das muss ich weiterschicken ich habe weder Olivenöl noch Zitronencreme kann ich leider nicht beladen das gab es früher auch nicht dass man das weiterschicken konnte da muss man warten bis es wegfährt boah Brot ach du scheiße oh da brauche ich ja bestimmt 60 80 Stück oder so Zitronencreme Torte habe ich auch nicht aber das ist Ich glaube ich auch weiter schicken Ja, 60 Sushi, Zucker, boah Zucker, äh, wie viel Sushi habe ich denn? Vier, na gut Das kriege ich wieder hin Kondok hatten wir eben schon mal Ich kriege mit diesem Namen übrigens keine Trailer Ich weiß nicht warum Ich kriege mit dem Namen Oh, Zucker war sogar fertig Ich weiß nicht, dass er so ein bisschen hängt bei mir Mein Handy kackt bald ab Ist die ganze Power nicht mehr gewohnt Die ist hierfür benötigt Komm, 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 Speck und Eier Oh, 10 Markierungsfehler Oh, ich war zu langsam Direkt einer geschnibbelt Ein Kondok noch Ich könnte mal Wolle kaufen Dann könnte ich Mal Klocke machen Oder Klotsche Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird Oder Cloak Ich denke mal ziemlich offensichtlich, dass es bei mir leckt Das kommt aber mit meiner Form nicht mehr klar Ich bin keine langen Parts mehr gewohnt, mein Handy Hätten mir auf jeden Fall dumm und dämlich gesucht, wenn ich dieses blöde Brotschiff gemacht hätte Mach mir doch ein blöde Ding vor Dankeschön Dankeschön Das kann sofort per Express weitergeschickt werden Das kann sofort per Express weitergeschickt werden Aber brauchst gar nicht anhalten Ganz sofort durchfahren Tja, sicher Oh nein Schokoeis Aber den Rest sollte ich haben Ah, Tomatensauce habe ich Äh, Suppe habe ich bestimmt 10 Fehlt der Salat habe ich, glaube ich, 4 4 oder 5 Wenn ich dann Ich hoffe, ich kriege nicht so ein 4er Schiff Ich habe kein Schokoeis Ich hoffe, dann von jedem 3 Jeweils 2 Schokoeis Dann 3x 2 Tomatensuppe Und 3x 1 Väter Salat Ah, ich kriege so ein 4er Ding Kack Ja, ist besser das weiter zu schicken Und so spare ich mir Diamanten Boah, das ist Aber warte mal Ich habe die Hüte Was glaube ich denn davon? 7, jawohl Vegetarische Bagel habe ich auch irgendwas Um die 20 Wenn ich noch 9 produzieren Naja, ich habe Ach, 27 sogar Oh Kissen habe ich nicht Kissen ist auch wieder 1. Abhöre Levels Deswegen Indigo Kissen ist gleich fertig Kissen ist gleich fertig ich glaube ich immer desto länger man spielt sieht man immer noch was man produzieren kann jetzt ja auch jetzt in der kerzenmaschine schon von aufer an produzieren können aber habe ich nicht hier 140 äxte nein tschüss bei dem einen schiff ist nicht fragt mich nie wieder ja 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 Einer war schon so nett. Guck mal, in meiner Stadt. Vielleicht ist da schon irgendwas. Müsste eigentlich leben mit dem Geschäft und Standcafé vielleicht. Ich habe ein Olivenöl. Wo habe ich das denn her? Okay. Da war noch ein Schiff. Das sieht gut aus. Wir haben eben viel Reis gefunden. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben, aber... 196. Ja. Mett noch was finden. Das sieht nicht so erfolgsversprechend aus. Und Ziegenfutter noch. 1, 2, 3, dann gleich noch eins. So, das ist das letzte Schiff. Stab 0 und 10, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 8, 12. Das ist das, was für Sieuningstub ist 2005. 0,5 Jahrhundert. Bist du Kupfer? 0,5 Jahrhundert. 9, 1, 1, 2, 3. Obst 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 12. Ich habe einen Lachen angst. 30, 14. 40, OH, 4, 5, 5, 6, 7, 9, 12, 4, 5, 15, 9, 11, 8, 9, 9, 9, 9. Wir haben noch was geschafft, 10 Schiffe. Wir brauchen heute 1 Olivenöl. Wollt doch Gondog machen, hätte ich keinen. Ich frage mich, wie lange ich spielen muss, damit mein Handy zusammenbricht. Vor Anstrengung. Okay, er verkauft Baumwollstoff. Bei manchen Leuten war so ein gutes Gefühl, ah, da könnte es was Gutes geben. Wollen die Hilfe hier? No. Keiner braucht Hilfe. Dann machen wir nochmal 2. Hier kann ich auch nichts machen. Ja! Das wäre wieder Scheiße gewesen aufs nächste Schiff. Was? Wieso braucht der eine noch 6 Minuten? Wollen wir jetzt erst da? Ne, immer noch nicht. Boah, 11.000 hat der erste. Ach du Scheiße. So, ich wäre fertig mit meinem Derby. Ich hoffe, wir steigen auf. Ich hoffe auch, dass euch der Part gefallen hat. Wir haben einige Schiffe geschafft. Und ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Ach komm schon. Wir suchen. Friss. Friss, Junge. Friss doch. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.